Ich werde euch zeigen, wie man mit dem ersten Grad, zweiten, dritten, vierten und so weiter, die jeder machen kann. Stellt euch vor, oben direkt an eurem Kopf, bei eurem Kronenchakra ist ein eigenes, kleines, im Kronenchakra, ein eigenes kleines Chakra, der Pranakanal, der Rekkanal. Und stellt euch vor, wie ihr diesen Kanal reinigt, wie er lichtvoll wird, wie er glänzt und wie ihr über eure Hände die negative Energie abfließen lasst. Spürt, wie euch, wie diese Energie herausfließt und seht in euch mit eurem inneren Auge, wie der Kanal zu glänzen beginnt, wie er leuchtet und strahlt, wie er sauber ist und das gleiche mit der anderen Seite der Kanal geht, durch den Kopf bis zum Herzen, dann zur Schulter, durch die Hand und dann vorne bei der Handfläche heraus. Und stellt euch vor, wie diese negativen Energien da vorne herauskommen, fangt sie zusammen, legt sie wohin und erzümmelt ein mentales Lagerfeuer, die diese Energien umwandeln. Wenn ja Energien so durch die Gegend spritzt, das ist ungefähr so, als würde ich meine Hände in den Schlamm dunken und sie dann ausschütteln. Das würde niemand in seiner Wohnung machen, Hände in den Schlamm und dann spritzen. Mit Energien machen wir das andauernd. Jeder unaufmerksame Schüler macht das, nur wird die Energien picken dann überall. Und wenn ich mich dort dann wieder hinsetze, nehme ich diese Energie mit meiner Aura wieder auf. Das bedeutet, negative Energien, alte Energien abstreifen, zu einem Ball formen, hinlegen, Lagerfeuer entzünden. Ob das eine violette Flamme, eine rosa Flamme, eine grüne Flamme, was auch immer, eine Flamme. Es muss für mich, das Bild muss klar sein, diese Energie wird jetzt transformiert. Wenn ich diese Reinigung gemacht habe, kann es sein, dass Gefühle auftreten. Gefühle, die ich im Kanal hängen geblieben sind. Das können negative Gefühle sein, das können positive Gefühle sein. Einfach zu Ende fühlen, ausvibrieren lassen. Und wenn ich dann ruhig bin, still, mit einem inneren Lächeln, dann bin ich bereit, Reiki zu praktizieren. Viele Menschen, denen geht es gar nicht gut. Sie praktizieren trotzdem Reiki mit anderen Leuten. Es tut mir weh, so etwas zu hören oder zu sehen. Denn wenn meine Aura voll ist mit Schmerzenergie, mit Leid, mit Aggression, mit Trauer, mit allen möglichen schweren Energien, ja wie sauber soll dann mein Reiki-Kanal sein? Wie sauber, meint ihr, sind dann die Kanäle? Das bedeutet, wenn es mir schlecht geht, dann praktiziere ich Reiki mit mir so lange, bis es mir wieder gut geht. Nicht mit anderen. Die anderen haben reinstes Reiki verdient. Und sie kommen auch, um reines Reiki zu empfangen. Sie wollen nicht euer Trauer, euer Leid und so weiter haben. Das gleiche bei einer Reiki-Anwendung. Der Klient oder derjenige, der Reiki haben möchte, wer kann erzählen, was er will? Es löst sich etwas, erzählt eine Geschichte mit dem Chef, mit der Frau, mit dem Mann, mit den Kindern, irgendetwas, das ist in Ordnung, das soll so sein. Doch ich selbst, meine Probleme, die bleiben draußen. Denn sobald ich von meinen Geschichten zu sprechen beginne, löse ich Gefühle in mir aus, löse ich diese Geschichten aus. Und die sind dann in meiner Aura und überall und werden dann mitgesaugt in den Kanal hinein und werden mit übertragen. Das bedeutet, ich bin in Ruhe, ich bin in Liebe, ich bin in Frieden, ich bin einfach nur da oder bin einfach nur still. Hör zu, bin da, lass fließen, lass geschehen, beobachte, was geschieht. Fühle einfach nur, was geschieht. Ich bin einfach nur der stille Zeuge dessen, was hier passiert. In dem Fall kann ich reinstes Reiki übertragen und dadurch wird die Wirksamkeit des Reikis noch verstärkt. Im Grunde wird es nicht verstärkt, sondern dann kann sich die Wirksamkeit voll entfalten. Sobald ich, oh ja, mir geht das ja auch so schlecht, ja das kenne ich und in dem Moment bin ich in diesem negativen Gefühl, identifiziere mich, baue Verbindung auf negativer Ebene auf und somit sinkt die Qualität meines Reikis. Ich färbe es ein. Das bedeutet, wenn es mir gut geht, arbeite ich mit anderen Menschen. Wenn es mir nicht gut geht, arbeite ich so lange mit mir selbst, bis es mir gut geht. So, es kann also sein, dass ich das Reiki nicht oder manchmal schwach fühle. Da kann es helfen, wenn ich zum Beispiel das Ellenbogenschakra auföffne und das Handschakra weiter öffne. Da kann es sein, dass der Fluss besser ist, weil ich habe ja verschiedenste Chakren hier, das Handschakra, das Ellenbogenschakra, Schulterschakra und so weiter. Das heißt, wenn da irgendein Chakra nicht richtig funktioniert oder einfach zu weit zu ist oder blockiert ist in irgendeiner Art und Weise, kann es sein, dass der Fluss gestört ist. Wenn ich merke, aha, diese Chakren sind jetzt offen und das fließt gut, super, dann kann ich beginnen. Manchmal ist es so, die Chakren sind in Ordnung, alles ist in Ordnung, aber ich fühle nicht, es fließt in mich hinein, aber es kommt bei den Händen nichts heraus. In dem Fall brauche ich Energie. Das heißt, ich bin im Minus, ich habe zu wenig und Reiki ist so intelligent, dass es zuerst mich auffüllt wie ein Fass. Ich werde aufgefüllt und dann rinnt es über. Das bedeutet, wenn nichts herauskommt, ich aber fühle, wie sie mich hineinfließt, dann einfach fließen lassen, einfach still sein und genießen und irgendwann plötzlich bin ich voll, bock und zipp und auf einmal läuft es über meine Hände über. Und dann kann ich Reiki praktizieren. Reiki praktizieren bedeutet, einfach nur geschehen zu lassen. Mit der Hand zum anderen hin und dann schauen, was passiert. Es wird einfach mitfühlen und irgendwann merkt man, ah, jetzt zieht die Energie, es wird Reiki aus mir herausgezogen, der andere nimmt. Reiki wird niemals gegeben, denn geben ist pressen. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, dass ich Reiki gebe oder schupfe oder antauche, dann bin ich nicht im Fluss. Reiki fließt von alleine und es fließt immer die richtige Menge an Reiki. Wenn an einer gewissen Körperstelle nichts mehr fließt, dann gehe ich mit meiner Hand zur nächsten und dann plötzlich, ah, da wird gut genommen, dann bleibe ich hier und dann suche ich mit der anderen Hand eine andere Position. Ah, da wird nicht so gut genommen, wie schaut es hier aus? Ah, hier fließt es gut. Nun gut, dann bleibe ich einmal hier und lasse es einfach fließen. Und selbst gehe ich einfach in das Gefühl hinein. Das heißt, wenn ich nicht so gut, dann gehe ich einfach in das Gefühl. Ich bin nicht so gut, dann gehe ich einfach in das Gefühl. Ich bin nicht so gut, dann gehe ich einfach in das Gefühl. Ich bin nur eines Teilen. Untertitelung des ZDF, 2020